Es wird doch zum Glück eine Stunde gemacht. Nur keine Buchstaben, bitte. Noch heute werden Buchstaben angewandt. So, ich habe mich entschieden, heute sehr mit Farben zu spielen. Ich mein, zieh ich mir ein Mützchen über meinen Geistern? Okay, das sieht ja schon ein bisschen grusig aus, so voll futuristisch, man. Ach du Scheiße! Ja, alienmäßig. Oh, er hat irgendwie nur ein Auge, weil ich das andere da auch jetzt so ein bisschen. Guck mal, er hat sogar Ohren, ich bin heute richtig die Teilung. Ach so, das ist so ein Elf oder so ein Wichtel, oder? Hier ist noch so ein Stuhl, da sitzt du jetzt voll drauf, ne? Und genießt einfach die Zeit hier drauf. Wie heißen die Elfen aus Weihnachtsmann und Kokagi? Oh Mann, wie soll ich das machen? Jetzt ist hier noch so ein Schlauch dran am besten. Ja, sehr schön. Und hier ist jetzt voll die geile Apparatur. Ich weiß gar nicht, sieht das überhaupt so aus? Wahrscheinlich nicht, bin zwar ungebildet glaube ich. Ja, genau so soll das aussehen. Das kann sich doch sehen. Er trinkt gerade so ein bisschen. Es ist auf gar keinen Fall eine Frisierhaube. Ja, genau. Ich lasse es jetzt einfach so. Ist es das überhaupt? Mäuchte mal, oder habe ich was anderes gesagt? Ja. Die raffinierten schnellen Füchse sterben nicht aus. Entschuldigen Sie, dass ich meinen Hut anbehalte. Mir gehen fast die Haare aus. Ähm. Das ist das nächste Wunder. Gitarren, wenn ich keine erkennen. Deckweiß. Das ist auf jeden Fall weiß. Oder rum. Ja, genau. Ich glaube, wir sehen gleich ein paar Buchstaben, oder? Ne, noch nicht. Da, oder? Man könnte das als geinterpretieren, aber bitte noch nicht ermahnen. Was ist dies? Ah. 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 Nein. Völlig allgemein gefasst. Nicht speziell. Einfach ein... Ja, ich weiß. Ja, genau. Ne, Strafenstädte ist falsch. Wom soll ich das eingeben? Ähm. So. Schild. Bauer. Schild. 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 Stehen damit nicht unmittelbar im Zusammenhang. Schild. Schild. Pfff. Ach so, da ist gerade jemand. Pfff. Ja, genau. Da ist gerade noch einmal so... Schilder, weil... Schilder... Ja, das sind verschiedene Formen, genau. Und man stelle sich vor, das O wird durch das I ersetzt. Hast du mitbekommen, das sind Formen und das O wird durch das I ersetzt. Und jetzt kombiniert man das mit diesem Element. Schildfermen? Hä? Schildfermen. I, nicht E. Und dann würde ich das auch umdrehen. Chronologisch, wie es in der Reihenfolge ist. Erst die Firm... Wieso zeichnest du die Firma nicht zuerst? Wieso zeichnest du die Firma nicht zuerst? Ich hab doch erklärt, dass zuerst das Linke kommt. Ist doch nicht meine Schuld bei dir. Immer das einfache zuerst zeichnen. So macht man es halt. Ja, genau. Wow. So funktioniert das Geschäft. Genau. Kann man spielen. Das Wort ist falsch geschrieben. Hier. Bei den... Aber ich... Ich kann trotzdem ja mal was... Rechts schreib lieber. Ich zeichne trotzdem... Die Entdeckung von... Heute gehen wir auf geheime Missionen. Kennst du die Folge, wo sie in den Keller gehen und auf einmal ist dann eine Katze und die erschrecken sich voll, weil sie grüne Augen hat? Nein. Aber ich kenne die Folge, wo kleine Kinder coole Experimente machen. Also ihr braucht gar nicht versuchen zu raten. Ähm... Ist eh falsch. Oh. Ich rate ja nicht. Vom Vorher-Nachher-Bild jetzt. Vorher. Und jetzt kommt das Nachher-Bild. Warum? Hat es einen bestimmten Grund, dass du die Trendlinie mit einer Spuridose gezeichnet hast? Ja. Oh. Er tobt sich kreativ aus. Ja, stimmt. Er möchte auf Thumbnail. Also bitte, dass wir uns auf dieses Niveau herabkommen. Vielleicht hat es etwas mit dem Wort zu tun, auch wenn ich das stark bezweifle. Es hat etwas mit dem Wort zu tun. Hätte man nicht anders. Kennt dich mal. Evolution mit W. Oh. Also das Wort ist Schönheitschirurg, aber statt einem R... Also ein R müsst ihr durch ein N ersetzen. Ich sag aber nicht welches R. Was? 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 Schönheitschirurg. Oh. Wir machen alle 37. Hm. Wie mache ich das am besten? Zeichne jetzt zuerst, was es wirklich ist und dann mache ich noch eine Alternative. Eigentlich ist das Wort auch Hund, aber es wird durch ein R ersetzt. Ja. So, das ist jetzt das eine. So kann man es... Ein bestratender Fuß, aber egal. So, jetzt muss ich noch viel rumzeichnen. Okay, gut. Das ist das... Das könnte man... Das könnte man dann so zeichnen. Hast du mir noch eine andere gesehen? Was ist? So. So. Ich lebe euch mehrere Chancen. Oh Gott. Ah, ich bin zu faul, da jetzt überall irgendwelche Sachen reinzuzeigen. Ich habe da Mutterkuchen geschrieben. So, da ist jetzt irgendwas drin. Pass auf, pass auf. Also hier ist noch so ein bisschen grün, ne? Und das hier rum sind eigentlich schwarze und weiße Flächen, aber ich zeichne das jetzt nur sporadisch. Plus... Ach ne, und das M ist ein T von dem Wort. Und dann haben wir hier ein Haus. Und davon die Seite. Machen sie es doch nicht so schwer. Mann, das ist... Darmwand. Das ist ein Dart... Dart... Dartscheibe? Das ist ein Darm und das ist Wand. Was? Darmwand. Dartwand ist fast... Ach so, Scheibe. Dartwand, ey. Das... Das da oben ist ein Darm. Ach so, also Darmwand. Cool. Das ging schnell. Ah, da sind gerade 37 Punkte. Krass. Bitte keine Buchstaben, Kollege. Äh, ich werde nicht drum herum kommen, Buchstaben. Dann wird es mir von mal zu mal lustiger. Hä, bitte? Ja. Ein Hack, ein Brief. Oh! Also... Leider gibt es sehr viele ungezogene Lausbuben in dieser... Bitte keine Buchstaben? ...Schülerlandschaft, die sich dieses Mittels bedienen. Äh, Wissens... Wissensstil, Wissensbrief, Brief, Wikipedia-Brief. Nein, es ist wesentlich simpler. Lieber erstmal zu. Wissensbrief. Dann stelle sich vor, das ist ein Word-Dokument und... Das kann ich nicht. Ich kann ich nicht. Wir feiern die Renaissance des Typen aus einer der ersten Zeichnungen, der dies hier ausschneidet und dann das eben rigoros hier wieder zu Papier bringt. Und dafür gibt es ein... sehr... ähm... bekanntes Wort. Ach so. Ist er geschickt genug ist, Copy & Paste zu übersetzen? Ja, genau! Er schneidet das aus und schreibt es nochmal ab, dann. Na. Ey, warte, 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 warte... Mensch, mit nicht mehrmals, ich würde sagen, es wird eingefügt. Ah... Ach... Nein, das ist nicht eingefügt, genau, eingefügt. Sehr gut. Wie kann man von nem Bildschirm was ausschneiden? Mit ner Schäger. Also mit ner Hannes, die grüten Schäger. Ist aber ganz schön kleinkariert. Was sind das denn? Was sind das denn da für Smileys? Ich muss mal kurz... Ich muss mal kurz Google anschmeißen. Also ich kenne die beiden Wörter, aber ich kenne die Wörter nicht in dieser Kombination. Und auch vor allem nicht, wann man so nen Scheiß verwenden ist. What the fuck? Da urtet sich jemand als Mensch mit geringem Wortschatz. Ja. Oh, du warst das Wort als Wortschatz? So nen cooler Typ da. Naja, der ist so n bisschen zu oft zu McDonalds gegangen. Damit da... Es ist nicht klickbar. Oh, okay. Das hilft ihm schon mal weiter. Also er trägt auf jeden Fall ne Krawatte, damit man sieht... Und er macht seinen Daumen nach oben, damit man sieht, dass er ein Beamter ist. Das ist doch ein Beamter. Bulle von Tils. Und er trägt da in der Zunge raus, wie es ein Beamter ist. Ein Beamter! Oh. Oh. Und natürlich trägt er ein... Der Wort Beamte ist Teil des Richtigen. Nicht jeder Beamter tut. Aber zu dem Wort kommt natürlich noch was dazu. Beamten... So. Das ist eine ganz normale, alltägliche Maschine. Beamtenmaschine? Nee, für Maschinen ein anderes Wort. Beamtenapparat. Der hat doch ne schöne Pistole in der Hand. Ja. Ne kleine Pistole. Oh. Was ist das denn für ein Wort? Hä, wieso? Ich zeichne! Ja. Ach so! Ich hab gedacht, du hast ein Bug. Oh. Ich bin gespannt. Ein Kaffeesauce. Kaffee aufhauen. Ja, genau. Eigentlich müsste ich den Typen nicht mehr zeichnen. Warum hat er so komische Haare? Genau. Das ist jetzt das Einer. Oder man könnte halt auch das zeichnen. Ähm. Ah, ihr seid doch schon mega guter Mann. Das schämt mir die Wort. Wieso? Wie seid ihr jetzt rote Beine? Egal. Ich würde davon absehen, dass Feuer ausschließlich rutscht. Oder man könnte natürlich auch das hier zeichnen. Ja, lass mich doch mal. Das Gelb kommt hier rein. Jetzt nochmal für die ganz Hafen unter uns nochmal hier orange Schrei machen ins Feuer. Das sieht mega gut aus. Es ist auf gar kein... Es ist halt Feuer. Warte, warte, warte. Nee, jetzt muss ich Nacht noch machen. So. Also es ist natürlich ganz klar ein Branden an der Bibliothek. Nein, es ist glühend. Voll glühend. Also das hier ist Glühwein. Das hier ist eine brennende Lampe, die glühlt. Und da ist das Feuer, was auch glühlt. Also wenn dein Kaffee glühlt, dann weiß ich auch nicht mehr. Es ist Glühwein, hab ich gesagt. Das trinkt man aus Gläser, nicht aus Gläser. Dieses Wort muss ich googeln. Ich bin kein Alkoholiker. Glühwein ist auch wirklich nur für Alkoholiker. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Okay. Das ist toll. Vielen Dank.